Gut, Cina. Next you are representing Italy number 6, Carlotta Caccia Dominioni riding Kindermauli. Kindermauli. Kindermauli? Mhm. Carlotta Caccia. So heißt sie? Mhm. Sehr geile Name. Guck mal, schon scheiße gebraucht. Oh scheiße. Hast du's eigentlich immer perfekt ins Bild bekommen? Oder manchmal? Nicht. Manchmal auch nicht. Mach dir keinen Kopf. Zwei Drittel geht gar nicht. Mhm. Schüss, ne? Ja. Man muss es auch nicht erzwingen. Krieg ich noch mal ein Biss? Aha. Warte gleich, oder warten wir noch? Nach dem hier. Ah, warte. Nein, nein, warte, warte. Stopfen die Ohren in deinen Mund. Ja. Ich hab die Lunchchecks für heute Mittag und für heute Abend schon. Die was? Die Lunchchecks. Ja echt? Du bist die Beste. Ich bin jetzt mit allem im Bett. Verwitzig. Sehr schön. Ja. Und übermorgen liegst du mit denen im Bett? Nein. Ich bin jetzt mit allen Pett. Jeden Tag ein wenig mehr. Ja, dann hol ich mir so einen reichen Reiter oder so. Ja, die sehen voll gut aus, die Typen hier. Voll hübsche Männer gibt's hier. Und hübsche Frauen. Das ist echt Wahnsinn. So High Society ist das, wa? Gibt da eh keiner. Ach was, du bist eine Frau, das ist einfacher. Ja. 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 Ja.